Wir befinden uns hier auf der BAU 2023 auf dem Stand von BASIS und zeigen hier an diesem Türenmodell, wie man wandbündige Türen verwirklichen kann, wo wir eine Zargenaufdopplung und auch eine Aufdopplung auf dem Türblatt haben, um das Design über die ganze Wand vorzuführen. Dazu gibt es ein neues Bandmodell, das ist das Pivota DX110. Das steht für verdeckt liegende Bänder, für stumpfeinschlagende Türen und das Besondere an diesem Band ist, dass es Aufdopplungen bis zu zehn Millimetern überwindet und das ist eben neu bei BASIS. Bisher waren nur acht Millimeter möglich. Dieses Band hat eine Tragfähigkeit von 100 Kilogramm pro Paar. Man kann es bis 140 Grad öffnen und es ist dreidimensional ein. Soksexperty, eine große Leidung bis 5.000 Euro für heute. Um in der Zeit zu spielen, bis heute in Punkt 10.000 Euro für heute. Das ist ein bisschen mehr. Sok 앞 von BASIS und ich machen dieudate Begriffe. Ich freue mich, dass ihr die Pähe von unter Farb und dreidigte einen Höig, dass ich gerade. Wir machen die Pähe von unterten, bis jetzt zu 20.000 Euro für heute. Wir machen mit diesen Job. Alle haben wir nach Warten.